Unfähige Politiker vergiften unser Sozialklima. Regionales Gewaltpotenzial basiert auf schlechter Politik. Messerstöcherei, Rassismus, großteils hausgemacht. Leipzig, Dresden, Hamburg, Berlin, Duisburg. Hier herrscht soziale Unzufriedenheit, welche sich etwa in Messerstöchereien oder Rassismus zeigt. Regulär ist die politische Leitung schlecht. Die Konsequenz schlechter PolitikerInnen härtere Gesetze. Letztlich überlastet das Durchsuchen von Straßenbahnen nach Taschenmessern die Polizei. Daraus ergeben sich unter anderem unnötige Ausgaben und noch größere soziale Unzufriedenheit. Stattdessen sollte die politische Führung wechseln und künftig gute Politik gemacht werden.